Das Hotel NH Milano Touring liegt in Mailand in Lombardei. Das Hotel NH Milano Touring ist beliebt unter den Gästen. 87% empfehlen das Hotel weiter. 32 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,7 Sonnen von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm ist akzeptabel. Es wird mit 3,2 und 6 Sonnen bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.